Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 23. Juni 2022. Ihr Geek Talk Daily 1215, heute mit Works with Apple Home, Project Unabom, 35 Watt und Augmented Reality. Und ja, das letzte ist ein Gerücht, aber auch nicht ganz. Aber von Anfang an. Works with Apple Home ist das neue Label für Produkte, die Apple HomeKit kompatibel sind. HomeKit ist ja die Schnittstelle von Apple Smartem zu Hause und die hiessen bis anhin Works with Apple HomeKit. Neu werden die Produkte gelabelt mit Works with Apple Home. Das liegt damit wahrscheinlich zusammen, dass das Ganze auf die Apple Home App bezogen ist und oder weil nachher mit Matter, dem neuen Standard, der vielleicht in diesem Herbst kommen wird, das Ganze dann eben deutlich sinnvoller ist, wenn man es eben nicht noch auf ein anderes Projekt oder auf eine andere Schnittstelle hinverweist. Ich bin mal sehr gespannt und für mich heisst es relativ viel Arbeit, weil auf dem lebismar.ch-Blog, ich werde es verlinken, habe ich ja eine Liste mit allen Produkten, die mit Apple HomeKit zusammenarbeiten und da darf ich ein bisschen was anpassen. Mal schauen, wann ich die Zeit dazu finde. Weiter geht es mit Apple TV Plus. Genauer gesagt geht es um eine Serie, die auf eben Apple TV Plus kommt, eine Original-Videoserie. Das Ganze zieht sich auf acht Staffeln oder Episoden hin, besser gesagt. Und dazu gibt es zum offiziellen Start am 27. Juni auch eine Original-Podcast-Serie. Da freue ich mich schon sehr darauf, denn die Geschichte rund um den Serienbomber Ted Kaczynski, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, ist schon sehr gefürchtig, hässlich, spannend, aber auch bewegend. Das möchte ich mir nochmals antun. Ich habe dazu schon mal irgendeine Dokumentation gesehen. Ich bin aber sehr gespannt, wie das Apple aufbereiten wird, weil sie haben unter anderem auf Original-FBI-Dokumente Zugriff bekommen, haben Interview mit seinem Bruder führen können und so weiter und so fort. Und das gibt es eben angereichert im Podcast, dann auch noch ein bisschen mehr Input dazu. Ich bin gespannt auf das Podcast-Teilchen. Dann gibt es ab sofort im Verkauf das Apple 35 Watt Dual-USB-C-Port-Power-Adapter-Teilchen. Und ja, ich weiss, heute ist es ein bisschen Apple-lassig, aber ich habe einfach wirklich nicht viele andere Themen gefunden. Ihr wisst ja, es ist Sommer. Der Adapter, den Apple mit dem MacBook Air, dem neuen mit M2 vorgestellt hat, einen der beiden, der kleinere, der aber zwei USB-C-Ports hat, den hat man jetzt schon ein bisschen auseinandergenommen. Ich werde ein Teardown-Video verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Ich finde das interessant, was da alles schön an Technik drin mit verbaut ist und vor allem, was schön ist, wie das Ganze funktioniert. Habt ihr zwei Geräte angeschlossen, sagen wir ein MacBook und ein iPad, wird jeweils halbiert. Also die Leistung wird pro Ausgang dann auf 17,5 Watt ausgegeben. Denn habt ihr aber dann zum Beispiel ein MacBook und ein AirPod dran oder eine Apple Watch, etwas, was weniger zieht, dann kann das Grössere, das MacBook oder auch ein iPhone, nee, ein iPhone nicht, da haben wir ein iPad, bis 27,5 Watt ziehen und die restlichen 7,5 Watt gehen dann ins andere Gerät. Also da ist auch ein bisschen, ja, Fuh mit dahinter. Nee, Fuh ist nicht einfach ein bisschen Technik, die das Ganze schön aufteilt, womit dann eben immer die 35 Watt an Leistung auch an die Geräte mit rausgehen. Und zu guter Letzt, ich habe mich ja so gefreut, dass wir an der WWDC keine Apple-Brille gesehen haben. Denn wenn wir sie gesehen hätten, hätten sie nur gesagt, dass wir das irgendwann im nächsten Jahr oder vielleicht irgendwie noch später sehen werden. Denn ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass aktuell das ganze Thema noch ein bisschen Zeit und Entwicklung braucht. Jetzt hat aber Tim Cook selber ein bisschen mehr gestreut, nämlich nicht Gerüchte, sondern eben Tatsachen. Oder er hat auf die Facebook-Geschichte reagiert, von der ich euch gestern erzählt habe. Ich glaube nicht. Nee, er hat einfach ein bisschen mehr erzählt. Er erzählt ja immer wieder über Apples AR-Kit und die Möglichkeiten, die Apple da bietet. Und da sage ich ja schon ganz, ganz lange, dass das ein sehr, sehr grosser Schritt werden wird mit dem Apple-R-Kit und den Möglichkeiten, die darunter bestehen. Somit, wie gesagt, wir dürfen gespannt bleiben. Apple soll bald schon etwas zeigen. Er hat nicht gesagt, er zeige die Brille. Man weiss nicht, was es ist. Aber was das Unschöne, und jetzt komme ich auf den Anfang von meiner Einleitung zu diesem Thema hin. Denn, ja, das Unschöne wird jetzt sein, jetzt wird uns den ganzen Sommer mit Apple-AR-Gerüchten um die Ohren geschlagen. Wir werden Brillen sehen. Wir werden, ach, keine Ahnung, was alles sehen. Ich freue mich nicht drauf. Ich will fertige Dinge sehen, die man nutzen kann und oder kaufen logischerweise und dann nutzen kann. Ja, wir werden es sehen. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.